Hinter uns seht ihr das Jupiter. Hier findet vom 31.10. bis 6.11. das Play Creative Gaming Festival statt. Das Programm wird, wie ihr es von Play kennt, bunt, nachdenklich und ein bisschen verrückt. Also kommt uns besuchen hier in der Hamburger Innenstadt Mönckebergstraße Nummer 2 direkt am Hauptbahnhof und genießt Play. Oder ihr besucht uns im Stream oder seid einfach im Play Valley dabei. Das ist unsere virtuelle Festival Location. Bis bald!